Und da sind wir wieder mit der Mission Die Grabstätte, ist wieder ein Infiltrationseinsatz. Diese sind wir auf Vespas. Ich kann, aber meine Schäden zeigen, dass es ein Raum neben diesem Bereich ist. Die Energien werden durchsperren durch ein Metall-Divis installiert durch den Krieg. Es wird schwierig herausfinden, die exakt Position des Ironheart. Verdammt! Wie haben sie nur ihre Toxen in überall? Sie installiert das auch. Sie haben wahrscheinlich versucht, es zu nutzen, um den Ironheart herauszufinden. Analyzing Layout des Runds. RK beobachtet 40% der gesamten Umgebung. Ein Punkt der Noten. Die RK berücksichtigt zu einem einzigen Pattern. Unlike den Pattern der Descendants. According zu den Layout-Analysis-Resulten, die Location dieser Rechnungen ist ein Fremium des Businesses, Alter. Ja, aber macht halt nicht so Bock, weil... Nicht so, weil Rundes Business haben die nicht so viel rumgesappelt, wirst du? Es geht einfach auf den Keks, wenn du jedes Mal die Story spielst. Oder hier das Dungeon oder den Dungeon. Wenn du jedes Mal die Scheiße rumzappeln wirst, wirst du? Es war ein Dush rutschend, bevor es weggegangen ist und es war. Und die Frequenz der Valkus-Kommunikationsfrequenz ist, wird sich in die Nähe von der Valkus-Kommunikation. Es wird sicherlich erhalten die Informationen, die wir brauchen. Wir müssen unterscheiden. Ah, der Ironheart ist nicht hier. Die Valkus-Kommunikationsfrequenz. Die Valkus-Kommunikationsfrequenz. Ich habe keine Worte. Ich verstehe. Die Valkus-Kommunikationsfrequenz sind eine Worte? Was sagst du? Wenn der Valkus-Kommunikationsfrequenz ist, das könnte aufregend sein werden, um zu verhindern, jemanden zu klammern. Der Grund, warum die Valkenzen aus den Räumen entfernt haben, ist sicherlich, weil die Valken nur durch einen Bio-Scan zu bekommen. Wenn das so ist, dann ist der Ockupant dieser Tumbe das gleiche Individuum, der den Valken lockt. Das ist richtig. Sie müssen die DNA benutzen, um die biometrische Authentikation zu klammern und den Ironheart zu klammern. Das war genau die Mission, die wir auch schon hatten. Wohl, du schlägst in der Heselette hier. Sprechst du, bei Outwarders, die hat noch hier die komischen die Vampirfreude in der E-Mission, weißt du das noch? Der auch so nervig war. Ja, und dann hat es ja noch so was, wo du immer so hier davor stehst, du musst du die Tür aufzumachen, das Wätschner. Wo ist er denn? Ich habe das Valkus-Data-Repository für jetzt. Ich habe auch den Bock hier runter zu kommen. Ja, das ist richtig. Ich kann es nicht anhalten, wenn Dinge wie Valkus-Planen gehen. Lass uns mit diesen Basterden schnell und gehen weiter. Oh, da denkt da sogar mal was. Ja, das ging es auch gar nicht. Also Knausladen dauert länger als den Typen ohne zu schießen. Oh, das war aufgefallen da. So meine Freunde, das ist so mit der Version auch Gursch. Wenn euch das gefallen hat, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.